Okay, wir sind zurück. Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Castlevania Lords of Shadow 2. Ähm, ja, wir sind hier einfach so aufgetaucht. Und müssen jetzt wahrscheinlich zu Sobek rumlaufen? Hinlaufen? Oh, ich hab voll viele Punkte. Eigentlich könnte ich die mal verwenden für Fähigkeiten, ne? Ah, das mach ich ja eben grad mal. Das nervt mich ja dezent. Ah, guck, da sieht man dann auch, wenn das voll ist, ne? Luftwirbel, Aufstiegswirbel, da hab ich 74, 28 Prozent, da 2 Prozent. Okay, ähm. Konstante Peitsche. Ich kann da fast irgendwie durchlaufen? Ne, achso, Upgrade war das wahrscheinlich. Nehmen wir das einfach. Im Endeffekt versuchen wir eh alles zu nehmen. Gegenschlagwirbel. Blocken kann ich hier nicht. Ich versuche es manchmal irgendwie, ja. Will ist das nicht. Oh, Guillotine. Ah, in der Luft X-Seiten. Ach, hab ich das gar nicht gekauft. So, jetzt aber. Jetzt hab ich das auch neu. Salto Peitsche. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Hier ist viel. Ich mach mal ganzen Ausrufezeichen weg hier. So, ich hab alle Ausrufezeichen weggemacht und dabei gesehen, es gibt halt Relikte. Ich weiß noch nicht, wie ich die aktiviere. Upsa. Ähm, ja, das ist Stolas Uhr zum Beispiel. Das macht wirklich das, dass bei jedem Treffer der Gegner verlangsamt ist und ich zusätzliche Erfahrungspunkte kriege. Es gibt aber auch noch andere. Ich weiß noch nicht, wie ich die auswähle. Und zwar gibt es halt diese Heiligen Tränen, die mir Leben irgendwie wiedergeben. Das ist ein Siegel, wodurch irgendwie meine Waffen, glaube ich, besser werden. Oder das Beherrschungslevel irgendwie sowas. Und Dodos Ei. Die tauchen auf und zeigen mir versteckte Sachen. Die bleiben aber nicht ewig. Also die quieken dann irgendwie und zeigen das irgendwie auch auf der Karte. Da. Aber die verschwinden halt doch wieder. Ach. RT halten. RT muss ich dafür halten. Warte mal, ich muss mal... Hier muss ich definitiv mehr drauf achten, wie alles funktioniert. Stolas Uhr. Auch RT halten. Okay. Aber das muss ich dann ja bei diesem Steuerungskreuz ausgewähl... So kann ich das jetzt machen. Alastor Siegel schaltet alle Fähigkeiten freien und hört für begrenzte Zeit dein Beherrschungslevel. Heiligen Tränen, heilen und erhöhen Zeit werde ich deine maximale Gesundheit und da, Dodos helfen, die Geheimnisse in der Nähe zu finden. Dann nehme ich das das erst mal. Stop playing around. Open it. You've lost your Chaos power. Now the Gorgons have it. Uriali. Steno and Medusa. You're going to need to get it back. Schön, dann machen wir uns mal auf die Reise. Du hast doch nicht die nötige Kraft, um das zu zerstören. Ja. Ähm. Unsere andere Macht zu... wiederzubekommen, und zwar die Chaos-Macht. Die Gorgonen haben sie. Das ist sehr beruhig, um gut zu wissen. Ja, ja. Das Warten von Andras de Vigol. Ich war erst ein paar Meter gegangen, als sich die Tür des gewaltigen Aufzugs plötzlich schloss und mich vom Rest der Gruppe trennte. Hinter dem Metall vernahm ich den Befehl des Kapitäns, bis zu seiner Rückkehr dort auszuharren. Unsere Mission, den drei furchterigen Wachen des Urkaos zu entwenden, hätte nicht mehr als einige Stunden in Anspruch nehmen dürfen. Jetzt ist aber schon seit mehreren Tagen fort, und ich fürchte, dass ich der letzte Überlebende dieser Burg bin. Jetzt, wo meine Muskeln taub sind und Panik mein Herz erfüllt, versuche ich in der Erinnerung an mein geliebtes Heim Frieden zu finden. Ich erinnere mich an den traurigen Ausdruck auf den Gesichtern meiner Eltern, freundlichen, bescheidenen Bauern, als ich ihnen sagte, dass ich sie auf der Suche nach Abenteuer bei der Armee verlassen würde. Tja, blöd gelaufen, ne? Ah, okay, da ist ein Hebel. Dann ist das der Fahrstuhl, von dem die Rede war. Stadt der Verdammten bin ich jetzt. Ich bin nicht mehr in diesem Bernardsflügel, sondern Stadt der Verdammten. Klingt vielversprechend, beruhigend. Ja, definitiv. Klingt vielversprechend. Gut, dass ich das nicht am Abend spiele. Ich könnte jetzt nicht mehr schlafen. Definitiv nicht mehr. Oh je. Die hat mir dezent Angst gemacht. Aber ich bin ja schon mal froh, dass sie mich nicht angreift. Das ist doch schon mal in der Hinsicht beruhigend, ne? Sieht aus, als hätte das Pferd den Menschen ausgekackt. Ähm, so. Sektion von Chester Theorius. Oder Fries. Keine Ahnung. Wir waren gerade mit der Erkundung des Verließes beschäftigt. Ich glaube, das ist im V. Als unsere Abteilung von einer Gruppe dieses grotesken Wesen angegriffen wurde. Sie besiegten alle meine Kameraden und verschlangen jene, die das Pech hatten, noch zu atmen. Sie setzten Keulen gegen ihre Waffen und Rüstungen ein. Nur ich konnte entkommen, um die Geschehnisse zu dokumentieren. Im Kampf achtet der Größte von ihnen nicht darauf, was um ihnen herum geschieht, während die Kleineren, die sehr viel scheuer sind, ständig in Deckung gehen. Außerdem wirken die Nieten, die ihre grobe Rüstung zusammenhalten, nicht sehr stabil. Vielleicht lässt sich eine Schwachstelle finden, indem man sie erhitzt. Mir fällt es schwer, dieses Papier nicht mit Blut zu besudeln. Der Aufzug funktioniert nicht und die Kannibalen haben mich umzingelt. Ich kann mich nicht nochmal totstellen, denn auch dann würden sie mich fressen. Diese Zeilen werden das Einzige sein, was von mir übrig bleibt. Denkt an meine Belehrung. Okay. Okay. Also irgendein Wächter, vor dem ich mich auch in Acht nehmen soll, weil die nicht mehr auf mich horchen. Ja gut, ich habe das Teil da unten gesehen. Ich will nur das da noch kaputt machen. So, was ist es? Gesundheit, Upgrade oder Leben? Gesundheit oder Leben? Gesundheit oder Licht? Licht Upgrade! Ist diesmal nicht so spektakulär von der Melodie her. Im ersten Teil habe ich immer so gedacht, denn so, wow, jetzt hast du was erreicht, weil du halt dieses Upgrade gekriegt hast und das halt so schön dargestellt worden ist. Auch melodisch halt. Ist richtig schön, episch. Gut, 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 gut. Ich bin ja mal auf die Wächter gespannt. So ein bisschen ungutes Gefühl, aber okay. Das sind irgendwie Ketten, die da ins Wasser reichen. Aber wie wahrscheinlich ist jetzt, dass das eine Videosequenz einsetzt? schön. Aber die sollten doch kein Problem darstellen, ha? Dieses nicht, die Kleinen suchen immer nach Deckung und der kriegt nicht so mit, was um ihn herum passiert. Der wirft einfach seine Leute auf mich. Warum habe ich jetzt so viel Schaden gekriegt eigentlich? Von was? Aber der tötet die immer auf dieselbe Art und Weise. Ich habe das Gefühl, ich muss erstmal die Kleinen vernichten. Also zumindest kann ich denen Schaden machen. Bei den anderen, vielleicht. Oh, ist ein bisschen anders diesmal. vielleicht war ich noch so lisiert von vorher, ne? Kann das sein? Ich habe das Gefühl, ich könnte ihnen jetzt Schaden zufügen, ne? Ja, kann ich tatsächlich. So kann ich ihm auch Schaden zufügen. Schon mal sehr gut. Oh, ich kann ja jetzt grundsätzlich Schaden zufügen. Ah, aua. Na klar, dass er sich da seine Leutchen wieder dazu holt. Jetzt kann man den nicht mehr angreifen. Ernsthaft? Aber ich hätte wieder sowas zum Greifen gerne. Arsch. Der kickt die einfach. Die sind ganz schön nervig. Muss ich ja mal sagen. So, jetzt kommen wir aber weg hier. Aber ich dachte, es wären wirklich größere Wächter. Wenn das kein cooler Move war, dann weiß ich auch nicht. Das sei aber, ich finde generell solche Szenen, die dann so mit Slow-Mo und alles, auch wenn es manchmal ein bisschen häufig passiert mit Slow-Mo oder sowas. Ich finde das immer wieder cool. Auch wenn er dann springt und dann so Oh mein Gott, schafft er das? Was ist denn das? Was ist denn das? Blut anzubieten? Auf der anderen Seite gegenüber liegen wir auch noch was dergleichen. Geht das dann irgendwie auf? Ach, je nachdem. Jetzt geht die Tür auf, zum Beispiel. Kann ich mich ein bisschen umsehen? Schrei von Noal in dem Elenden. Man kann es mir nicht zum Vorwurf machen, dass sie schneller laufen kann oder bessere Verstecke kennen als sie. Jetzt sind sie alle tot, verdammt. Nur ich bin noch übrig und ich hätte und hätte ich die nötigen Mittel, würde ich diesen Ort auf der Stelle verlassen. Aber ich bin in diesem brennenden und von Blut verseuchten Verlies eingeschlossen, aus dem sich aller Arten von Monster erheben. Ich bin umgeben von den Schädeln jener, die zu einem besseren Leben aufgebrochen sind. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, um diese Hinrichtungsgrube zu überqueren. Vielleicht könnte ich den gewaltigen Käfig mit einem Sprengstoff zum Absturz bringen und als Brücke verwenden, um auf die andere Seite zu gelangen. Zu schade, dass ich den Beutel mit Kanonenpulver nicht gestohlen habe, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Das da. Kaputt machen und dann drüber. Gut. Okay. So jedenfalls nicht. Guck ich mal, was befindet sich hinter dieser Tür? Ich weiß nicht mehr, von wo ich kam, aber so wie es gerade steht und von der Karte her, ist das, wo ich herkam. Ich guck mal. Ich find's auch bemerkenswert, wie schnell sich die Sachen immer wieder aufbauen, die ich kaputt gemacht hab. Ja. Gut. Dann war das Tor, was sich also geöffnet hat, auch das, wo es im Endeffekt weitergeht. Gut zu wissen. Wenn wir wieder auf Karten achten, wäre auch ganz gut. So. Ich dachte gerade, es wäre irgendwas zu leben geworden, aber ist nur das. Da kam ich auf jeden Fall rüber, da leuchtet irgendwas. Ich mal gerne gucken. Ach, das ist das da. Was dann leuchtet. Kann ich von hier aus irgendwas erreichen? Sieht nicht danach aus. Das sieht nach einer sehr schönen Sprungpartie aus. Wo führt mich das hier hin? Hier brauch ich einen Schlüssel. Hab ich natürlich nicht. Ach, das führt mich dann wieder zurück zum Wolf, gedülms. Okay. Dann bleibt mir ja bloß noch der Weg hier, ne? Was ich noch nicht zuordnen kann. Was? Okay. Ich komme noch nicht bis dorthin. Ich habe doch gesagt, dass ich da nicht hinkomme. Hä? Dann bleibt mir jetzt doch nur der Wolf. Sehe ich das jetzt richtig? Weil sonst komme ich nirgendwo weiter. vielleicht brauche ich einen Schlüssel hier oben. Die anderen Sachen sind alle zu weit weg. Mal gucken. So, wo bin ich jetzt? Hä? Hä? Ich bin hier? Aber warum? Warum bin ich jetzt hier? Führt mich das jetzt immer hier hin? Hä? Warum? Warum bin ich hier? Muss ich nicht verstehen, ne? Verstehe ich gerade auch nicht so wirklich. Da muss ich ja doch irgendwie weiterkommen. Ich glaube nicht, dass es Sinn und Zweck ist, dass ich jetzt hierhin wieder zurück in dieses Wissenschaftsviertel gehe. Ja. Ja. Ich bin dezent verwirrt. Ja, jetzt bin ich wieder bei der Schlacht der Verdammten. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich mache am besten einen Schnitt. Kann ich das ganze Revue passieren lassen und noch ein bisschen was ausprobieren und gucken, wie ich jetzt weiterkomme. Und bis dahin dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss. Eure Teil.